So, und hier möchte ich euch nochmal den Milo im Freilaufgehege zeigen. Er kommt bestens zurecht, obwohl er ja von seiner Sehstärke her schon ein wenig eingeschränkt ist, aber er kompensiert es irgendwie. Es ist einfach nur bewundernswert. Für den Milo gilt das Motto, geht nicht, gibt es nicht. Und er ist ein mega empathischer Hund, der jedem Menschen, egal ob er ihn kennt oder nicht, erst mal eine Riesenportion Vertrauen und auch Liebe entgegenbringt. Und ja, so denke ich, dass der Milo jedem Menschen, jeder Familie jede Menge Glück und Freude bereiten wird. Gerne könnt ihr euch für den Milo bewerben bei Tierfreunde Griechenland. Dann könnte dieser wunderbare Begleiter schon bald bei euch sein. Wir schicken liebe Grüße, euer Vilo.